Willkommen zur Kritik zu The Witch. Von Kritikern hochgehalten als das neue Horror-Indie-Picture-Meisterwerk dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir sehr viel Glück, finde ich persönlich, mit drei solchen Filmen. Der eine hat mir nicht so unbedingt gefallen, aber die anderen waren entsprechend gut, wie Kritiker sie auch angekündigt haben in diesem Genre. Das waren namentlich The Barber Duck, It Follows und Ex Machina. Ex Machina mit einem vehementen Touch natürlich in Sachen Sci-Fi, aber trotz alledem finde ich zugehörig zu diesem ästhetisch-artistisch-angehauchten Genre an Horrorfilmen. Und insofern sagte ich mir, cool, wenn The Witch jetzt schon angepriesen wird, so in diese Kerbe zu schlagen, das ist ja eine klasse Sache und ich habe mich schon entsprechend darauf gefreut. Und insofern habe ich verschiedenste Kommentare gelesen, auf IMDb und ähnlichen. Und ich wollte mich da jetzt nicht abschrecken lassen davon, dass jetzt Zuschauer den Film nicht so gut bewerten. Und du bekommst zu solchen Filmen, weil Leute einfach keine Ahnung mehr haben, was gute Horrorfilme sind. Natürlich so viele Kommentare mit, oh, wo ist die Hexe? Warum ist da keine Hexe drin, die Leute abschlachtet? Leute wissen in der heutigen Zeit nicht mehr, was gute Horror ist, in meinen Augen. Leute wollen eine Achterbahnfahrt, Leute wollen eine Geisterbahnfahrt in diesem Fall. Weißt du, Buh, Jumpscare. Aber ein richtig guter Horrorfilm. Und ich finde, das traf zu, bis zu einem gewissen Grad auf der Babadook, aber auf jeden Fall auf It Follows und Ex Machina. Es ist ein Film, der Film ist aus, aber er schreitet in der Dunkelheit noch neben dir her. Das ist guter Horror. Horrorfilme, die dich selbst über deine eigene Angst rekapitulieren lassen. Das ist guter Scheiß. Und insofern sagte ich, okay, Leute haben da kein Fable dafür. Leute gehen wegen sowas nicht ins Kino. Da muss mehr so die Arthouse-Gruppe angesprochen werden von solchen Sachen. Ist okay. Ich habe mich da nicht abschrecken lassen und bin in den Film reingegangen und habe mir gedacht, komm, das wird gut. Und selbst Babadook, um das nochmal aufzugreifen, war für mich eine 5 von 10. In meinen Augen haben sich positive und negative Aspekte bei der Babadook ausgeglichen. Deswegen habe ich ihm eine obligatorische 5 von 10 gegeben. Aber der Babadook hatte einige gute Elemente, wo ich sagen konnte, wow, das hat Spaß gemacht. Weißt du, ich meine, es ist sehr, sehr kreativ, mit Licht und Schatten umgegangen. Diese Pop-Up-Bücher waren, das war sehr kreativ. Und vor allem das Sounddesign war der Oberhammer in der Babadook. Leider war vieles andere Bullshit. Aber es hatte sehr viele positive Elemente zu sich. Das heißt, wenn dieser Film jetzt irgendwie nicht so gut werden sollte, sagte ich mir, ach, ja komm, dann sind ein paar positive Effekte, Elemente sind da auf jeden Fall mit dabei. Die Grundidee gefällt mir. Ja, klar, okay, nehmen wir das Thema Hexerei mal ernst. Der Film war der größte Haufen Scheiße, den ich mir dieses Jahr anschauen musste. Und ich möchte Leuten grundsätzlich mit auf den Weg geben, um was es geht. Weil sonst sagen Leute wieder, ich habe es nicht kapiert, um was es geht. Ich gebe auch in aller Ehrlichkeit zu. Also wenn ich einen Film schon beschimpfe, dass er ein Haufen Scheiße ist, dann muss ich natürlich meine eigenen Unzulänglichkeiten auch preisgeben. Dass ich sage, in aller Ehrlichkeit habe ich über längste Zeit echt nicht kapiert, um was es letzten Endes geht um den Film. Ich meine nicht, dass ich jetzt den Plot nicht verstanden hätte oder so, der auch einschläfernd war. Aber vor allem von der M. Night Shyamalan-esken Regie her, mit diesen langen Panning-Shots und diesen Master-Einstellungen, wo mal zwei Minuten lang nichts passiert, außer dass sich jetzt ein Charakter anzieht. Oh, so poetisch. Oh, ich nenne es eher Lückenfüller, um irgendwie 80 Minuten noch zusammenzubekommen. So nenne ich das. Verpackt als Kunst. Und abseits dessen gebe ich eben zu, ich habe wirklich längste Zeit nicht kapiert, was ist jetzt der Punkt, was will der Film von mir? Außer, dass ich mich fürchte, was ich nicht getan habe, weil es stinkenlangweilig war. Aber irgendwo muss doch der Punkt am Ende findbar sein. Ich habe dann so gedacht, okay, ich kapiere es jetzt so langsam. Dann kam so die letzte Szene und ich habe es wieder nicht kapiert. Und dann, nachdem ich so Wikipedia tatsächlich bemüht habe, um so den Plot nochmal so passieren zu lassen an mir, habe ich mir dann gedacht, okay, gut, die letzte Szene war letzten Endes nur symbolischer Bullshit, um dem Ganzen so eine visuelle Thematik zu geben. Letzten Endes ist der Punkt, gleich zu Beginn, das ist gleich die Anfangsszene, wird halt etabliert, dass das alles in einer relativ, vor allem damals christlich bestimmten Gemeinde stattfindet. Diese Familie, Vater, Mutter, Zwillings, Tochter und Sohn, die Ältesten, jüngere Tochter und neugeborenes Kind, werden rausgeekelt aus dieser Stadt von dem Tribunal, das sie beschimpft, oder vor allem dem Vater beschimpft, ein Heretiker zu sein oder halt unchristliches Verhalten an den Tag zu legen. Sie sollen verschwinden, das tun sie auch. Und insofern ist diese Familie halt bis zu einem gewissen Grad gebranntmarkt, sind aber tatsächlich trotzdem Gläubige. Das soll so irgendwie dieser Grundkonflikt sein. Sie sind Gläubige, aber trotzdem gebranntmarkt mit diesem metaphorischen Ornament. Sie wären jetzt da, sie hätten da irgendwie, oh, Hexerei betrieben oder was auch immer. Sie hielen sich dann vor so einem riesigen, ominösen, gruseligen Nadelwald an in so einer Hütte, züchten Tiere, haben vor allem diesen schwarzen Geistbock, der, oh, ist das jetzt vom Teufel geschickt oder nicht? Ich meine, Symbolism, schwarz gefärbter Geistbock, du, holy shit, das muss der Teufel sein, Mann. Ich meine, du, boy, oh boy, also insofern, dass sich dieser Film so auf die Flagge schreibt, oh, fünf Jahre lang hat dieser Regisseur oder halt allgemein der Macher dieses Films wirklich Historiker und Leute aller Welt und vor allem in diesem Gebieten Englands befragt, wie das damals wirklich standfand und es ist alles so realistisch, bringen wir den klischeegetriebensten Shit ever. Ich meine, das, das, you don't fool me, Mann. Ähm, das ist alleinig, alleinig des Scheins halt, das ist, das ist der Boyhood, der, der Horror in die Picture-Szene, vor allem dieses Jahr, würde ich behaupten. Oh, er hat fünf Jahre investiert. Ob die Akkuratesse dieses Films dann auch wirklich zu einem unterhaltsamen und interessanten Filme-Experience führt? Scheißegal, er hat da fünf Jahre rein investiert, das macht den Film automatisch gut, richtig? Nein, nein, nicht richtig, sogar ganz, 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 ganz falsch. Und insofern bin ich da natürlich jetzt der, der, der böse, böse Mann vor der Kamera mal wieder, der sagt, äh, scheiß auf die fünf Jahre, die er rein investiert hat, die hätte er mal lieber in was, in was Sinnvolleres investieren sollen. Äh, ich sag's wie es ist, der Film ist ein Haufen Müll. Und insofern, um, Entschuldigung, aufs eigentliche Thema wiederzukommen, ähm, zerbricht letzten Endes diese Familie halt dran, dass nach und nach verschiedenste Dinge passieren, die überhaupt keinen verfickten Sinn ergeben. Ähm, du hast auf der einen Seite das Element, oh, nein, das soll aber realistisch sein, die Leute bilden sich nur ein, dass es Hexen gibt, dann hast du aber Szenen, wo Hexen doch auf einmal auf die Familie zukommen und vor allem die Endszene zeigt, oh, okay, eindeutig irre Hexen, das soll ja nicht heißen, dass sie jetzt das Hexen können, es sind zumindest Frauen, die sich als Hexen aufführen. Und das ist schon crazy und schlimm genug, um das als praktisch, als damals wirklich so geschehen auszugeben, ähm, ist schon crazy genug, aber, wie gesagt, alles ist entsprechend so an den Haaren herbeigezogen, dass es sich so ständig konterkariert. Diese ganzen Konflikte passieren nur, weil all diese Figuren einfach so dermaßen unkommunikative Arschlöcher sind, die halt, ich weiß nicht, keine, keine Schwäche in der Familie zugeben wollen oder was auch immer. Du hast dann diesen kleinen Jungen, der dann, oh, in der Höhle eine Hexe sieht und, äh, dann irgendwie von ihr verführt und vergewaltigt wird, weil, oh, sie kann Hexen. Ich hätte gedacht, wer hat denn etabliert, das findet in der Realitätssteuerung, es gibt keine Hexen. What the shit, man! Und, äh, es ist, wie gesagt, du, du kapierst nicht, was das Ding sein will, ähm, ich verstehe, es soll in so einem Fiebertraum stattfinden, okay, dafür hat es viel zu wenig Intensität, der Film, dafür hat es viel zu wenig Feuer, das Ding. Wie gesagt, diese langen, elaborierten M. Night Shyamalan's Bullshit-Shots, es ist, es ist zum Verrücktwerden und nicht in einem guten Sinne wohlgemerkt, äh, bei Ex Machina war auch ein Film zum Verrücktwerden, aber, aber in einem positiven Sinne, weil der Film dich so in seinen Fuchsbau gelockt hat, aber dieser Film präsentiert dir einfach totalen Schwachsinn und du musst es irgendwie akzeptieren und das dann, Gott, ich, ich weiß, ich, weil ich möchte nicht alles Leuten spoilern, aber insofern, ich muss ja irgendwo ein Backup liefern, was für ein Scheiß der Film ist, also ich, ich, ich tue mir da jetzt halt, ich tue mir da halt insofern jetzt so ein, so, so ein bisschen schwer, ähm, ich, ich finde, der Film macht es sich einfach viel zu leicht, so wie sich die Figuren aufführen, ähm, viel, viel zu einfache Ausreden zu erfüllen, weißt du, oh, die Charaktere sind einfach verrückt, vor allem die Mutter wird dann einfach irre, oh, dass jetzt, äh, die, die ältere Tochter dieses neugeborene Kind verloren hat, das angeblich, also so wird es vom Film präsentiert, von einer Hexe abgeschlachtet wird mit, mit entsprechenden Sounds. Sonst, sie nimmt dann ein Messer und, und hackt dann auf das Kind ein und, und schmiert sich dann seine blutigen Überreste über den, über den Leib, also wenn Leute das nicht sehen wollen, dann sollten sie lieber nicht reingehen in den Film, ähm, und, oh, die, die, die Mutter wird dann total irre, aber die, die, die Tochter tangiert das nicht unbedingt, deswegen kommen die Leute eventuell drauf, sie ist ne Hexe und ich weiß nicht, das, 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 da, da ist Stoff, mit dem hätten wir arbeiten können, aber es ist so, diese Charaktere sind so gefühlstot und, und so, wie gesagt, unkommunikativ und, und, nichts, was sie tun, ergibt irgendeinen Sinn, vor allem der Vater hat dann so eine Story, er verkauft das Silber von der Mutter, um Jagdausrüstung zu kaufen, okay, und, und dann am Ende, als die Mutter total verrückt wird, äh, beschimpft sie dann die, die älteste Tochter als Hexe, also das ist die, das ist die Krux, praktisch, die Familie bricht auseinander, weil sie alle glauben, die älteste Tochter sei eine Hexe und, oh, sie hat das Silber verkauft, warum ist das so schwer für den Mann drüber zu reden, hey, wir brauchen hier Fleisch auf den Tisch, um zu überlegen, verkaufen wir dieses nutzlose Silber, um dafür Jagdgewehre zu kaufen? Oh, weil dann wird diese Szene nicht funktionieren, richtig? Gott, es ist, es ist so ein an den Haaren herbeigezogener Bullshit und alles in diesem Film passiert nur wie in jedem schlechten Horrorfilm, weil die Leute nicht miteinander reden, weil die Leute nichts tun, was irgendeinen Sinn ergeben würde oder, oh, sie wurden verhext in einem Film, in dem es angeblich keine richtigen Hexen gibt. Es ist der größte Nonsense und zieht sich so in die Länge und ich glaube, ich kann Leuten ein schlechtes Gefühl dafür geben, wie in diesem Film nichts von Relevanz passiert. Es ist wirklich, es ist nur das alltägliche Leben dieser Figuren, oh, der Sohn geht mit dem Vater auf die Jagd, der Vater verletzt sich, oh, sie gehen wieder zurück, oh, die Mutter weint, weil das Kind weg ist, oh, die Kinder spielen im Hinterhof und die eine Tochter, obwohl das das, das, das dümmste ist, was man überhaupt nur tun kann, gaukelt dann der jüngeren Tochter, die älteste gaukelt der jüngeren Tochter vor, oh, sie wäre jetzt die Hexe, oh, passt bloß auf und das kann man ihr dann dummerweise natürlich dann im Verlauf des Films wieder vorhalten, oh, wie dumm von hier und es, Gott, es ist so ein Tribe, Mann und ich, ich, ich habe es echt nicht gepackt, also ich war, ich war so nah dran, aus dem Film rauszugehen, war ich schon lang nicht mehr, ich war so nah dran und ich, ich, ich wollte, ich wollte mich von diesem Film nicht unterkriegen lassen, es wäre besser gewesen, wenn ich gegangen wäre, ehrlich gesagt, dass ich habe es, ich habe es aber gepackt, ich habe den Film, ich habe den Film überlebt, viele meiner Gehirnzellen leider nicht, aber das ist eine andere Geschichte, ich gebe den Film nur 3 von 10, es war ein Haufen totaler Schwachsinn, Haufen totaler Schwachsinn zum Mitnehmen, bitte, 3 von 10 wird auf jeden Fall in meiner Worst landen dieses Jahr, ich kann es schlecht in Worte fassen, wie stinkend langweilig dieser Film war, ich denke, das ist das Schlimmste überhaupt an diesem ganzen Teil, ich meine, die Charaktere waren unausstehlich, der einzige Trick, den dieser Film kennt, ist die Musik immer lauter anschwellen zu lassen, Cut to Black und Musik aus, das ist alles, ich glaube, der Film hat mindestens 25 von solchen Cuts drin, das ist alles, das ist alles, was der Film kann, alles andere ist nicht irgendwie gruselig oder intensiv oder irgendwas, es ist einfach nur stinkend langweilig, insofern 3 von 10 Punkten Haufen Müll, bitte nicht reingehen. Danke, dass diejenigen, die bis hierher gekommen sind, wahrscheinlich das ganze Video gesehen haben. Sollten euch weitere Kritiken von mir interessieren, habe ich euch zumindest zwei weitere thematisch ähnliche Kritiken verlinkt. Außerdem könnt ihr über meine Kanalseite zu meinen Profilen auf Twitter und IMDb kommen, dort erhaltet ihr Informationen up to date und könnt meine Filmwertungen verfolgen und im Archiv kramen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.